Aha. Okay, okay. Wie Scheiße machen wir dir? Verdammt. Was die Leute denken, man kann sich dabei ducken. Das funktioniert immer noch nicht. Funktioniert immer noch nicht. Das ist eine Painlosigkeit. Das ist eine Painlosigkeit. die wissen würde dass es gerade wieder packt die weile die andere so rum blitscht So. Okay. Wir werden wieder ein bisschen zitieren, wenn ich erstmal wieder reinkommen muss hier. Oh. Oh, oh. Ich belasse, als ihr jetzt das Münder gewolltet. Ja. Da ist auch schon wieder Winter. Ja, ich halte ja schon ein bisschen meine Fresse. Mein Gott, ich schreit mich doch nicht an, ja. Okay. Ich spiel mir noch, ich schreit mich ja noch nicht an. Oh. Uh. Ich schreit mich jetzt an. Ja. Kurze Sound-Work-Up. Ich dachte, da wären wir in den Schrank gegangen, deswegen. Hier war noch wer. Der Winter war wieder hier. Ich hab's gehört. Okay, okay. Schönen Porten wir einmal diesen Jen hier. Oh ja, wir setten den Timer. Das Navante, by the way. Father. Verdammt. Los, Artis, schneller. Ich hab mit der Tat gehört. Und dem nicht, wie sie mir in die Fresse geguckt hat. Hallo? Ich hab letztes geduckt, aber okay. Hab ich die schon aufgehauen? Ich glaube nicht, ne? Ja. 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 Wir haben einfach jetzt nichts verloren dadurch. Ach, Spiel. Es ist nicht drauf. Ist auch nicht so okay. Leid natürlich. Bei genau ihr haben die natürlich gar keine Hitbox. Das war kein auf der Rekord. Wie sollte sie jetzt in den Dead hat? Oder, ne? Endurance. Ich könnte jetzt warten, dass die Rabenlase wie die Stücke waren. Auch nicht. Es sind übrigens zwei Papiers in der Warscheide. Okay. Sie haben sechs Gents gemacht. Würdest du mir jetzt sagen. called Dain. Sie dann werden sie auch angerül resto. Sie dann wiederher ran. Ja. Was ist mein Kollege? Schade, keine neuen Superzong-Dates. Das Ding ist, die Tore sind so weit weg. Das schafften sie niemals alle hier raus. Deswegen warten wir. Hallo YouTube, ich campe. Hallo, hallo. Ich würde mal ein Aura-Reading hingeben. Was wir noch nicht vergessen, als Kürt ist, du wirst immer noch fahren. Okay. Okay. Warte, nur diese Nope hier. Wo kam die andere jetzt her? Warte, warte, sonst muss ich mir nicht angucken. Ich habe doch in die Richtung geguckt. Warte, warte, das gucke ich mir jetzt an. Wenn mein PC mal irgendetwas laden würde. Geht noch wahrscheinlich auch daran, dass ich irgendwie trug Müde bin oder so. Vielleicht daran, dass ich gestern Nacht so zwei, drei ins Bett gegangen bin. Weil eigentlich, wie es der Hund raus wollte. Moin! Na, das ist für dich. Komm mal an diesen schönen Pain-Rest hier. Hey. Habt ihr, ich boke ab. Ich hab das Gefühl, der Stalken ist besser gemacht. Ja, merk ich mir. Ich mach ein Medium-Walt in meiner Fresse und... ...wird nicht bestraft dafür. Wollt ihr mit diesen Sachen... Hehehe. Der Hit. Äh. Du schlägst ihn zwar grad voll durchm Rücken, aber... Ne, der ist nicht drauf. ...oder diese Pain-Rest da ist... Ist das Stalk gewesen? Ich bin jetzt schon, ich habe ihn geholfen. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Das war's.